hey leute und willkommen zu einer neuen folge minecraft bad wars mit mir dem torgen wieder mit facecam und erstmal gekickt werden leute so muss das laufen was ein start in dieser aufnahme session ähm cube world spielen wir dann halt dann spielen wir halt auf der map 4 x 5 ist auch eine starke sache wir spielen mit dem apple hero da ist ja der gute ist mein bester freund witz ok ja kübel firma fünf machen wir alles klar wir gehen jetzt mal in team rot ja rot und beste team nein rot ist keine rotes scheiß die blau ist eigentlich cool aber blau war gerade voll tut mir auch ein bisschen leid wieder mit fest haben falls ich dann übrigens wieder ein bisschen zu hell denn es liegt halt einfach an dem licht versuche schon immer mein schreibtisch nicht ein bisschen an zu machen aber das bringt eigentlich gar nichts es bringt gar nichts moment wie viele bin ich nur noch 6.600 nach 612 hat bin ich für den kompletten stück scheiße 6.000 612 ja genau weil ich war schon mal platz 400 aber dann wurde ich wieder irgendwie drei tage lang nicht gespielt habe komplett zurückgesetzt richtig also zärt so blöcke blöcke sind wichtig so team einer aus team grün und schon verlassen das ist natürlich eine starke geschichte das sind immer die leute die richtig cool sind die in die runde gehen und dann sich dann jetzt habe ich keinen bock mehr und die leute die am anfang immer runterspringen und richtig produktiv dem team helfen die sind auch immer stark so wie der gelbe da der henne kraft so ich mache natürlich hier direkt weiter schön produktiv und so weg zum eisen haben wir schon dass er traumhaft na gut dass der eine deiner mitte ist aber keine blöcke mehr hat ist natürlich vorderhaft was macht er denn kommen ach ja ja er hat mich gekickt das ist aber ein ganz schöner frechdax finde ich in ordnung was er gemacht hat so was wichtig ist auf fricking kubold ist dass man sein bett eingebaut hat egal wie hauptsache ein bisschen bevor man in der mitte ist sein fricking bett muss zugebaut sein weil sonst passiert das was für blau passiert ist du wirst grün du wirst einfach direkt gerascht soll dass ich gerade so richtig nah an der fest können bin du wirst direkt gerascht und bis einfach instant weg geld baut sich der gerade krass runter also das heißt dass ich gelb wahrscheinlich gleich unten lang bauen wird auch schon da kommt glaube ich ein blauer haben uns mal kurz und guten halt noch rückschuss doch hier ja wie gesagt da ist einer ok ja manchmal muss man doch was alleine machen kann ja nicht immer erwarten dass einer mithilft so ok blau blau will also krieg blau willst also von der ist also auf die harte tour ist natürlich machbar also jeder wie er es gerne wünscht ne blauer alter der hat mir ganz schön ausgeteilt du ja wie auch tot aber kommen ein gelber was gerade blau hat hier super funktioniert da muss ich mir an lassen schön dass mir jetzt bestimmt einer hier mithilft den muss ich also kriegen schaffe ich auch kommt get down danke ich will jetzt natürlich am falsch an stellen damit ich nicht aber man ich bin zeit ungewohnt als meine festkam damals auf dem hauptbildschirm stand musste ich mich immer größer machen und jetzt muss ich mich immer kleiner machen damit ich in die facecamper weil die auf dem second screen also genau da steht so team grün wurde schon von nicht hallo team grün wurde schon vernichtet aber das ist ja das ist ja da kann man ganz gut drauf scheißen denn wir müssen die blau mal zu stören tiefseemonstar haben wir im team also ist eigentlich relativ ist alles wollen wir auch keine sorgen zu machen eigentlich okay ich werde dann jetzt mal einen gekonnten abgang keine ahnung eigentlich mal zu blauen machen da ist ja schon ein bisschen nervig gewesen der letzten zeit so guck jetzt haben wir auch schon boah da habe ich den sound gehört da hat der turm abgang gemacht dann wurde der sound immer leiser naja krasse sache ja jetzt ist rot kaputt jetzt müssen wir nur noch blau zerstören geht's ok komm schon da ist ein bogen we got a bow my friends da muss es erstmal noch schaffen die r taste zu drücken dann ist alles geht chili mille so jetzt muss ich drücken habe ich auch den im inventar tiefseemonstar ist on the way back to blue it's really cool und der hat einfach mal überlebt ne ich wollte schon da kleine unfaire gewesen weil wir können jetzt hier einfach über zwei wege sollte kommen wir gleich jetzt gehen hier die kleinen wichser nein hätte ich nicht wenigstens überleben können was pass auf nein hat melle danke wenigstens ein bisschen bronze hier weil ich habe jetzt den ultimativen plan leute weißt du den rückschuss stoppt den stopp boah alter jetzt kommen doch danke dann mache ich die ausrasten scheiß bronze alles macht die kaputt so ja ich darf mich nicht zu groß machen komm mal da unten baut sich schon einer lang ich glaube da hatte schon einer den plan den ultimativen plan den ich auch hatte aber natürlich jetzt nicht so gewinnbringend aber ich dachte mir fällt zuerst mal hier runter er ist jetzt nicht tiefseemonstar ist noch nicht sein ernst ist jetzt gerade mit voll mit kipp gerade diese inkompetenten stück scheiße gibt er mir ergibt mir richtig okay okay instant instant ich muss sie kriegen nein achtung ich habe richtig geschrieben ja juckt ihn nicht glaube ich oder doch okay ja das war es jetzt aber auch da war jetzt genug aufstand ich habe jetzt auch kein steak das ist nur zeitverschwendung jetzt einfach dahin nesel die das so ist zumindest der plan was im endeffekt daraus wird werden wir gleich sehen geil er ist ein ganz unfall richtig cool cool ich dachte eigentlich ein anderer teammate werden wir so sozial und wird sehen im moment der wir mein gegner zerstören weißt du den lasse ich jetzt mal durch mein bett ist kaputt ich will die noch machen aber er ist einfach unter gefallen ja das sei mal zu recht jetzt ganz gekonnt kann ich meine abschließen cool danke weißt du ohne witz besser team er hat einen bogen macht nichts man muss ich mich wieder opfern richtiges opfer bin ich so kann jetzt kurz bitte ein bisschen auf unsere base aufpassen dankeschön jetzt wird der geld wieder auf mich schießen recht mir richtig auf die tübe da will ich doch nur das bett von team blau zerstören genau da hoch da finde ich aber nicht in ordnung finde ich gar nicht cool so da ist es auch weg ja immer unterfallen kommen jetzt möchte ich auch noch bitter und falsch an sterben danke das ist cool so okay wir haben eine runde auch noch was dazu beigetragen dass irgendwas passiert ist oder vielleicht ja das wir gewinnen ich denke doch dass wir jetzt gewinnen ich denke doch ich hoffe doch wir haben den bogen wir haben als einziges team im bett es sollte ganz cool laufen können können ja ich rede nicht von müssen komm mal da ist einer danke für deine hilfe voll die küpter ja vielen dank voll die küpter aber es ist juckt ihn gar nicht es juckt ihn einfach null null juckt ihn es juckt ihn achtung tötet ihn doch bitte tötet ihn muss sterben danke echt ey also dass er getötet wurde wer fällt da runter das ist wieder ein blauer okay boah echt mein gott mein team also macht eigentlich auch die ganze zeit nichts anderes als einkaufen 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 warum haben wir unser bett so richtig scheiße eingebaut das soll richtig unser voller küpter ist tot das ist ja super das ist ja echt ein traum ja also zielvoll erfüllt richtig krass einfach gegen den non-äkypten drauf zu gehen starke leistung da bin ich zufrieden mit dir oh mann ich dachte ich könnte so richtig cool getrickst haben aber ne dem war nicht so oh mein gott aber dank meinem trick hat er den bekommen die blauen sind dahinten bei ihrem eisen 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 ok die muss jetzt auch wieder gekonnt austricksen hier jetzt nämlich aua aua er boxt mich mama shit shit ist ja richtig gemein jetzt beurte sich nach hause oh mann ja ein zigeuner du ja ein richtiger zigeuner na gut dann werde ich mal die hinten bei ihrem äh die blauen bei ihrem eisen ein werde ich immer näsern die haben eh nichts anderes verdient die sind die ganze zeit zu uns gerutscht da denke ich mir dann so ne freundchen so nicht so nicht da kann ich auch anders jetzt wird gleich irgendeiner von einem geben getötet werden einer von uns okay dann ist ja nicht so schlimm dann ist ja nicht so schlimm dann wurde mir kein kehl gesnackt so die sollten keinen bogen haben das ist absolut richtig außerdem haben wir einen der afk rumsteht und nichts macht okay der ist eigentlich ein easy snack dankeschön nein nein jetzt hat er beide kills das ist ja richtig gemein oh man das ist richtig unfair nein er wurde getötet oh mein gos oh mein gott oh mein gott oh mein gott oh mein gott oh mein goooaat vielleicht kann ich ihn killen ohne ohne schwert oh god ich muss noch seine hits ausnutzen er ist tot nein ich wollte mir wenigstens den afkar kill snacken aber selbst dazu bin ich nicht in stande im stande in stande außer stande es ist mir doch egal so wenn ich jetzt nur eine fuhre gold kriege kann ich mir auch noch ein eisenschwert zusätzlich zu meinen geilen ersten bogen holen ist das nicht geil falls meine haare übrigens scheiße aussehen ist mir das egal ich habe nämlich gerade das erste video von der ramsa die geguckt tiefsee monster ich brauche noch ein gold also ich wollte jetzt ein gold habe ja erstmal alle blöcke verbauen mit denen ich mich gleich hoch bauen werde macht nichts torben du hast ja genug noch ja so langsam langsam aber sicher könnt ihr ja hier vielleicht mal angeschön wollte schon sagen aber ich hätte auch noch ein bisschen zeit gehabt so ich bin ja das gute team rot man muss ja auch mal zu team rot gehen in die welt also blau da der team rot er ist die gefahrt natürlich jetzt ein bisschen groß ist mich jetzt der gelbe von rechts abschließt hat er nicht gemacht weil er wusste dass ich torben bin und er wollte auch wirklich er wollte mir nichts tun weil er weiß er hätte sich sonst mit unserer mit unserer gang mit unserer armen gang armen gang meine ich jetzt mal die abonnenten weil ich stehe auch ein bisschen auf armen ja darauf stehe ich ein bisschen kommt daher oh mein gott er kommt die ist kamen mein freund unter kassiert merkt er nicht dass er nicht mehr viel hat ja gut wenn man weiß ich wollte mir jetzt gerade schöne rüstung holen wollte mir eisenschwert holen und so er brauchen wir ja gar nicht weil es ist ihm juckt nicht dass er fast es juckt ihm nicht dass er fast tot ist das ist ihm relativ egal ich würde sagen wenn es euch gefallen hat dann würde ich sagen das ist einfach eine positive wertung da wenn ihr nicht verpassen wollt könnt ihr natürlich gerne abonnieren und ja dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten mal wieder haut rein und schau